4. Dezember 2018 17.10 Uhr Holstein Kiel wurde mit einer Geldstrafe belegt. Fußballzweitligist Holstein Kiel ist wegen ungebührlichen Verhaltens seiner Fans vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB zu einer Geldstrafe in Höhe von von 7.250 Euro verurteilt worden. 5. Beim Spiel in Hamburg gegen den FC St. Pauli 1 zu 0 am 28.10 Uhr 2018 waren im Kieler Block mindestens 10 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Zudem wurde in der 50. Minute ein Bierbecher aus dem Zuschauerbereich der Gäste in Richtung des Schiedsrichters und der Spieler geworfen. 5. Die Stöhne sind vom Sportgericht in Richtung des Schiedsrichters und der Schiedsrichters und der Schiedsrichter der Gäste in Richtung des Schiedsrichters und der Schiedsrichter der Gäste in Richtung des Schiedsrichters. 6. Dezember 2018